Hallo miteinander, es gibt gute Neuigkeiten. Neu kann man auch über den weitere Empfehlungslink von Tesla das Model Y bestellen und bekommt 1500 km gratis Supercharging. Ich möchte euch das mal schnell zeigen, wenn ihr vorhört bald einen Tesla zu bestellen. Am einfachsten geht ihr auf YouTube, dort auf meinen Kanal und dann hat es eigentlich gerade auf der Startseite das erste Video. Prinzipiell findet ihr den weitere Empfehlungslink unter jedem Video. Hier einfach auf das Video klicken, dann ein bisschen abscrollen und unten in der Beschreibung habt ihr dann immer den Link hier einfach drauf. Dann solltet ihr auf die Tesla Seite wechseln und ihr seht dann hier Model S, Model X, Model 3 und neu unten aus Model Y, wo man sich konfigurieren kann. Ich blende den Link wieder ein. Und falls ihr oder ein Kollege bestellen, bestellt euch über meinen Link, das wäre cool. 1500 km für euch und natürlich auch für mich, um coole Roadtrip Videos in Zukunft zu machen. Wäre das noch sinnvoll, also ein paar Gratis Kilometer. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen von dem kurzen Video. Neu, Model Y, über den weitere Empfehlungslink. Peace und schönes Wochenende.